Also für mich bedeutet die Apps einiges. Ich habe hier Freunde fürs Leben gefunden, Leute mit denen ich heute noch im Netzwerk zusammenarbeite und auch unter anderem die Mitgründer meiner Firma gefunden. Der AppSpirit ist für mich Gemeinschaftsgeist. Wir sind hier wirklich sehr eng zusammen hier im schönen Rheingau und arbeiten hart zusammen im Team und das hat im Studium unglaublich viel Spaß gemacht und dieses Gemeinschaftsgefühl, diese Familie, das macht den AppSpirit aus. Ich habe aus dem Studium einiges für mich und meine Karriere mitgenommen, insbesondere im Team zusammenzuarbeiten, hart zu arbeiten und auch aus Leidenschaft wirklich Leistung zu bringen und das bringt mich wirklich heute auch noch voran. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.